Musik So einen wunderbaren Sommertag muss man einfach zum Motorradfahren nutzen, auch wenn es nur die Fahrt zum Mittagessen ist. Daher haben wir kurz entschlossen im K1000 Keller einen Tisch reserviert und sind nach Gammeng gefahren. Von Amstetten fahren wir nach Steinerkirchen, dann weiter Richtung Feichsen und Kresten, wo es dann beim Kreisverkehr auf der L92 nach Bokau weitergeht. Anschließend geht es auf der Bundesstraße 25 zum Zielort, nach Gammeng. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.